Herzlich Willkommen zu einer unglaublich fantastischen Runde Rainbow Six. Heute mit Flocke, Kapuze, Kunran, Alex und wir. Wir spielen in Kapuzes Wunsch. Richtig geil, wein. Wir spielen die Bare Force One. Den Gag hat Fortnite schon gebracht. Die Bare Force One. Genau, den Gag hat Fortnite. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin, ihr Hater? Was spielst du, spielen? Von außen nach innen. Wer spielt denn hier Blackbeard, ey? Warum hab ich nur so wenig Operator, weil das in dem Modus so ist. Achso, dann spiel ich den Techa. Techa! Techa! Holy fuck, das ist ja nicht so. Spezialgeisel wird gespielt, so heißt der Modus. Oh nein, Oh, was ist da anders? Special, so. Oh, tja, wir sind in einem Kinderzimmer. Ja, wir sind Miniatursoldaten. Wie beim Kunran daheim. Kunran. Super lustig, dass du aus dem Cockpit und so rausgucken kannst und halt... Da ist ein riesen Kraken, der das Flugzeug reingreifen will. Boah, so schön. Alter, sieht aus wie bei mir zu Hause. Das war eine schöne Map. Ciao. Äh, na, na, für den Schied. Clowns. Clowns, Kunran. Und Toy Soldier. Noch zehn Sekunden, dann könnt ihr spielen, sagt sie auf Deutsch. Fünf Sekunden noch, Kinder. Jetzt geht's euch, ich bin ganz gespannt. Oh, Alter, ich bin riesig. Wie ist der... Lol, wie geil. Wir sind Spielzeuge, Kapuze, Spielzeuge. Hier, das Polizeiauto, ist aus so einem Plastik. Ja, der Sound. Mann, ist das hier herzlich, ich geh wieder. Tschüss. Kunran, warum bist du nur orange? Das ist wer will ich denn? Techa, was macht der mal? E-M-P. Oh ja. Wo ist denn da, du? Auf der anderen Seite. Komm her, du Hater. Das ist super visualisierend. Das ist super visualisierend. Ich geh jetzt direkt. Tschüss. Ihr macht das da. Ich geh mit dem Polizeiauto spielen. Jetzt mach auf, der Flogarino. Jetzt mach auf, der Flogarino. Ich decke da. Achtung. Ich decke hier. Ich decke hier. Kapuze ist richtig im Tunnel. War der da schon drin? Ne. Aber da ist... Alter, ich schieße mit kleinen Platz. Okay, das ist hier, Dalu. Hier am Schreibtisch. Oh. Hier kommt ein Regenbogen hoch. Kapuze. Ja. Warte, vielleicht finden wir noch eine. Wem denn? Eine Blume an der Wand. Ja, also ich will gucken. Ich versuch Flocken zu denken. Ich guck gerade aus. Krieg zurück, krieg zurück. Krieg um die Ecke noch. Hinter uns, hinter uns. Nicht vorne. Nach hinten. Jetzt muss einer aufheben. Hebst du auf, Kapuze? Ja, unten hab ich Kamera. Okay. Ist safe. Warte. Ja, unten ist safe. F. Steht da. F. Kapuze, siehst du die Blume da? Ja. Hau die mal. V ist Nahkampf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Eine Minute. Wir müssen runter. Oh, da ist noch irgendwo einer. Der ist, glaube ich, in dem Neben... Ja, Natascha ist in diesem Nebenraum. Natascha? Ja. Natascha hab ich nie gemocht im Garten. Was ist denn das für eine Scheiße? Also der ist in diesem, also in dem Zwischenraum da. Könnt ihr von oben machen. Steht an seinem Geschütz. Aber, oh. Natascha ist doof gewesen. Oh, lol. Ich seh ihn ja. Fuckin' ja. Okay, der holt uns allen nach. Ja, von oben. Ich wusste halt nicht, wo der war. Kann er nur von oben kommen? Ja, von oben. Von oben. Von der Treppe. Oben Treppe. Oben Treppe. Die Helden hatten Meister Bär gefunden. Du Scheiße, mit der Pistole war ich ein bisschen überfordert. Die Pistole hat ja den Recoil ohne Ende. Da haben wir halt nicht gerechnet gerade. Und jetzt? Ja, verloren. Ja, aber, gut, ich war auch nicht mehr eingeschaut, dass es nur ein paar Klassen gibt. Oh, wer ist der? Meister Bär. Der Pedo, der. Der Charakter erzählt auch eine Story. Unsere Helden haben Meister Bär gerettet. Haben aber nicht. Ja, und als ich bin jetzt zum Exekutive Bedroom. Wollen wir den Outfit wechseln? Und ich nehme jetzt den... Ich hab ein cooles Outfit. Junker. Da bin ich richtig krass mit denen, ja. Und da kenn ich gar nix. Also Outfit bringt dir eh nix, ne? Man ist immer so eine Spielfigur, oder? Ja, das Outfit ist... Das ist neben dem Modus bist du ein Toy Soldier. In dem anderen kannst du eh nur die Helme sehen. Ich hab wirklich einen komplett pinken Anzug gekriegt für Smoke. Ja, ich glaub, hier bist du nur so ein Spielzeugsoldat. Schlafmusik für dich, Kapuze. Der ist dann eingeschlafen. Das ist immer wenn der Kunde auch mir was vorsingt, dann... Ah, ne, wenn du nen Skin hast, wenn du nen Skin, dann behältst du den Outfit. Das heißt eigentlich der Kapuze nen Vorteil, weil ich find die Toy Soldier erkennst du viel besser. Aus meiner Waffe kommt Konfetti raus. Hä, lol, bei Dado, Dado hat mir nen Skin. Ja, ja, wenn du so nen Skin hast, dann wirst du angezeigt anscheinend. Ah, boah, haben die sogar nen Vorteil fast. Wir haben nen Vorteil, weil wir nicht so leuchten. Ich find die anderen leuchten wesentlich besser. Gerade ein rosa Skin ist für uns besser. Oh, so, ich mach mal zu da. So, ich hab noch mein Geschütz. Wo stell ich das auf, Kart? Wo du ulkig bist. Also gar nicht. Hier, deploy. Und die wollten ihn sich holen. Okay, die kommen vorhin. Nein! Die wollen uns den Bären klauen. Bären aufbinden. Die wollen uns den Bären aufbinden. Die binden sich immer nen Bären auf. Und dann auch die haben. Ich decke hier. Aber warte mal. Ich hab keinen Glass, richtig? Hier decke ich. Ich hab das der Chanka, ich schieß sie so weg. Doch, Gas gibt es. Glass. Ich hab Gas. Hast du Gas? Okay. Ja. Oh, der Tanne kommt rein. Die kommen bei euch rein, oder? Ja, bei mir kommen die rein, oben. Die Kronen kommt rein. Und shoot me. Okay, mach ich nicht. Ja, oben drin. Oben? Das Bild war ein bisschen blöd. Ich komm mal zu euch, da ist ein bisschen viel Action gerade gewesen. So, ich werde jetzt richtig wegrutzen. Von wo kommen sie denn? Oben. Von hinten, da wo ich gerade herkam. Äh, Osten. Da geht jetzt gerade auf, da geht auf. Ich hab aber mit dem Chanka drin. Also, da ist einer mit dem Schild, da ist einer mit dem Schild. Mit dem Schild, mit dem Schild, mit dem Schild, mit dem Schild. Da drin, da drin ist er. Direkt runter und rechts für dich. Ja, ist down. Okay, habe ich. Hast du ihn, oder war ich? Ich wurde gespottet. Einer von den Bösen war noch da. Oh, hui, puh. Alter, ich werd hier, ich krieg hier Augenkrebs. Ja, mein Monitor brennt mir das Auge, weil das alles so hin ist. Sieh, das hätte ich im Skitag eingestellt, sodass ich alles so leuchtet. Also, die Fahnen sind echt krass, ey. Kapuzo, du siehst die Doppeltür, ne, eigentlich? Ja, 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 ja. Außer wenn wir Alex rein. Ja, ja, nee, es geht nur darum, dass du siehst. Und die Frauke. Und der Alex. Ja, ja, ich seh, ich seh die Tür. Alex, pass auf. Er kommt, glaub ich, Doppeltür, oder? Hast du jetzt grad einmal geschossen, Alex? Ich hab geschossen einmal. Ich will es. Weil ich auf den Alex schießen wollte. Aha. Er steht mir ein bisschen weh. Er ist da bei dir, Alex. Ja. Bui, buh. Die Fieslinge waren besiegt. Ja? Wir haben die Fieslinge. Die Fieslinge. Die Fieslinge. Ja, für uns sind wir natürlich die Helden. Aber, achso, das sagen wir dir. Ja, achso. Wir sind immer auf der guten Seite. Ja. Jetzt sind wir auch wieder die Helden. Ja. Ich bin der Held. Ich bin der oberen Held. Ich geh zum Mädchen. Das ist echt. Da kann ich Black Bait spielen, Vlogger? Oh, ich hab seinen Hut gar nicht. Willst du ihn haben? Ich werd'n jetzt echt genommen. Ah. Ich nehm' Slettke. Ich nehm' Slettke. Slutty ist immer gut. Slutty ist immer gut. Montag ist gut. Montag? Montag, ne? Ich weiße, Montag. Montag, ne? Beste Tage, oder? Müsst du Montag? Ja, heute ist auch Montag. Montag ist ein richtiger Hab- alle lieb Tag. Das ist Montag. Ja, fach. Oh, Mr. Bär! Doch, bevor sie die Meisterbär retten konnten. Wo wird der Mr. Bär wohl sein? Ein Einhorn hat mich erschossen. Nein! Doch, er nicht. Aber wo ist der Mr. Bär? Wie viel haben die Entwickler abgestellt dafür? Also Entwickler ja nicht. Seiner? Ich weiß nicht, ob viele Texturen vielleicht aus den Kinderzimmern der Maps kommen. Was dir halt sonst nicht so auffällt. Ach! Au, meine Drohnen! Ne, ich glaub' so viel gibt's nicht, oder? Gibt's so viele Kinderzimmer überhaupt? Das ist doch ein geiler Abril. Abgehört ist aus Division, die Texturen. Ne. Also geil, das hier ist halt so nice. Das ist ja, ich glaub' das ist ein Raum aus dem Haus. Das ist das Kinderzimmer. Das ist das Kinderzimmer aus der Map House. Der Mitte? Ja, weil da ist auch der Kranken und so. Deswegen haben wir das so bekannt vor. Das ist die Map House. Das ist die Map House. Nur in Mini. Kann man da hier rausrennen? Und jetzt wäre Kugel noch ne andere Gruppe, spielt in groß. Was? Das ist wirklich geil. Achtung. Guck mal, bis zur Tür kommt. Was kann ich? Ah, das ist ja wirklich cool, wenn's nicht. Kann wir hier aufmachen. Wie mal, wie mal, wie mal. Ich bin ne Waffe aber überhaupt. Alter, man kommt echt unendlich weit weg. Alter, ich bin hier einfach. Guck mal, bis zur Tür kommt. Ach. Guck mal, wo gehst du hin? Nicht abfahren! Wir haben Mr. Bär noch gar nicht gefunden, ne? Oh, Kapuzenum, geh jetzt nach vorne. Hier ist so oft hier auf der Tür, das ist ein fliegendes Flugzeug. Das ist ne geile Tapete. Wo ist die da? Pass auf, Alex. Kapuzenum. Scheiß grad einer. Hast du's gehört, dieses Putzen? Hier kann man die Wand aufmachen. Da sind Blume. Wer hat da jetzt neben mir die Wand aufgemacht? Oder war das eine Falle von denen? Das wird eine Falle. Aua, Kapuzenumis. Richtig böse jetzt. Also, die sind da, also da, wo wir warten, ja? Richtig, ne? Ach, scheiße, noch nicht. Kapuzenumis. Kann ich vorgehen? Gut schon, geht. Ich seh gar nix. Hilfe. Unten ist einer. Treppe unten. Weiße. Hat ne Schoddi. Da sind 100 Leute. Da hinten ist grüner Nebel. Ich seh gar nix. Ich seh gar nix. Ich seh gar nix. Das war der nicht. Der hatte keinen Shotgun. Was ist das grüne hier? Ich seh nix. Da, du siehst hier was bei mir? Ich muss umschalten. Da ist er. Ich seh gar nix. Keine Ahnung. Ich seh gar nix. Hier ist auf jeden Fall Strom. Ja, danke. Das war gut. Da ist ne Falle. Da ist ne Falle. Ja, aber das ist nicht so wild. Da läuft keiner drüber. Mach mal weg. Hast du? Oben wird bestimmt einer sein. Ich hab Angst hier oben, ja. Ich guck mal nach oben. Mach mal die Kamera weg. Und dann steht da, genau. Mach mal die Kamera weg. Karpuzze, du darfst nicht mehr rückwärts gehen. Ich weiß, ich hab nur noch 4 AP. Oben ist einer? Guckt einer nach hinten noch? Ja, ich weiß. Dass er dich mal unten hochkommt? Ja. Hallo. 30 Sekunden habt ihr nur noch. Karpuzze, ich kipp jetzt am Geißelang. Garas. Boah. Der hat den Rücken geschossen jetzt. What the shit. Der oben ist noch ein. Das war der oben. Im Raum ist auch noch einer drin. Im Raum. 20 Sekunden, ihr müsst pushen. Noch 15 Sekunden spielen. Oh nein. Schön, push, push, push. Alexander, Mr. Bear. Hinter dir in der Kamera. Jawoll. Mr. Bear. Mr. Bear. Mr. Bear. Don't shoot me steht auf seiner Brust. Mr. Bear. Mr. Bear. Schau, wie sich Mr. Bear gefreut. Oh, die Helden. Alter, ich... Das ist wie ein Toy Story. Kennst du dich erinnern? Der hat einen Film, wo das auch so war? Da war das auch so, dass die anderen ne Geister aus dem Flugzeug retten mussten. Ja, geh mal so gern an. Das ist mein Lieblingsteil. Meine Augen tun weh. Der DLC. Der kam nur in Asien raus. Den gab es bei uns gar nicht, weil es so krass war. Gibt's ja... Gibt's ja... Ach, den Stimmen. Schmocki. Schmock. Schmock. Schmockmock. 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 Ich kann das nicht lange spielen. Meine Augen sind richtig. So schlimm ist es gar nicht. Doch, wir haben noch die Saturation auf 100%. Ich hab auch hier mehr... Bei mir ist der Kontrast auch krasser. Ich erkenne auch kaum was. Das Gute ist halt, dass die Gegner genauso bunt leuchten. Das erkennt man halt dann sofort. Wer schützt Meister Bear? Aber irgendeiner in der Blocke war gerade erst. Die hab ich nicht in den einen Augenblick gelesen. Weil ich weiß, dass es auch Angst war. Oh, Meister Bear. Ach, irgendwo hab ich schon einen. Aber Meister Bear wird ange... Die wollen den haben. Die wollen unseren Meister Bear? Ne, da müssen wir verteidigen. Ey, drohne, 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 drohne. Oh nein. Die haben Meister Bear entdeckt. Oh nein. Die haben Meister Bear entdeckt. Die haben Meister Bear entdeckt. Wie können sie nur... Meister Bear wurde angeschossen. Wem geht's wieder gut? Mr Bear kommt später mit mir ins Zimmer. Hahaha. Gibt's halt keine, ne? Wie mach ich denn... Wie mach ich denn mit Capcam die Dings dann? Die mittlere Maustaste. Achtung, Sniper. Und dann? Gibt's nicht. Nicht an der Wand, an der Tür. Im Türrahmen. So. Über mir. Oder? Bei Dalu? Noch ist hier nix. Ne, draußen, unten, draußen, unten. Was ist eigentlich hier dahinter? Oh oh. Oh ja, da ist... Mr Bear. Von wo können die kommen? Bei mir. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Oh fuck it. Oh fuck it. Ich hab's verkackt. Ok, ne hab ich nicht. Poco, Poco. Hilfe! Ich stecke dich heute im Eid. Achtung nicht, dass sie Mr Bear kriegen. Sind da beide oder nur einer? Einer. Entschuldigung. Ein Fieslinge. Na, da waren beide. Ein Fieslinge. Ein Fieslinge. Ein Fieslinge. Mr Bear können uns. Ein Fieslinge. Jawoll. Ein Shot. Also jetzt, was kommt jetzt? Oh. Was passiert? Da kommen die Toy Soldier. Nein. Ich bin umgefallen. Kundelein kommt auch noch. Das ist ein cooles Special, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen einfach noch zwei, drei Runden und schalten die hinten irgendwann dran. Hauptsache, da bleibt es ein bisschen aktuell. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Lass gerne einen Like. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.